Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Live. Endlich wieder alleine. Ah Mann ey, das letzte Mal war Revi da, das war schrecklich. Ich vermiss Maxify. Ich warte, bis du zu mir kommst gerade. Ja, warte, warte, okay. Die Leute wissen nicht, dass du dabei bist. Du bist das da hinten. Ja, warte, ich steig in mein Auto. Alter, du hast so ein krasses Haus. Ich hab sogar ein Geschenk für dich. Das ist ein richtiges Rollplay. Moment mal, hier ist ja jemand zu Hause bei Maxify. Das muss ein Eigenbrecher sein. Raus. Oh, hallo, Faluten. Maxify. Das ist ja eine Überraschung. Maxify, es war so schrecklich. Es war so schrecklich. Hier war so ein anderer Typ. Er war hier. Ja, der hat böse Sachen mit mir gemacht. Nein. Wer war denn das? Wer war das? Wie hieß er? Ich mach ihn fertig. Ich hau ihn. Revinzeit. Kennst du den? Ah ja, der ist kacke. Ja, der ist blöö. Nein, ich mag ihn. Ich hab mal mit ihm zusammen gewohnt. Ja, manchmal sah es wirklich so ein bisschen blö aus in der Wohnung. Ja, okay, ich hab's zusammen gewohnt. Und ich wohne hier alleine. Okay. Ja, ja, aber nicht in Wobbly Live. Im Reelive haben wir zusammen gewohnt. Komm, steig auf. Das macht es nicht besser. Steig auf. Ich hab, okay. Ich schenk dir heute was als wiedergumachen. Ja, okay, kommst du? Ja. Ich hab ein bisschen zu viel Babbel getrunken. Ja, scheinbar. Vor allem ist auch extrem schwer. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich komm kaum von der... Ja, warte, ich hol... Höh? Alter, wie hast du das im Mord gemacht? Ich bin nicht schwer. Ich bin nicht schwer. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Das Auto ist zu schwach. Ja. Ja, okay, komm mit. Okay, ich komme. Bin hinter dir. Äh, ja, schnell. Bleib draußen, bitte. Nicht mit den dreckigen in mein Zimmer. Steige ein. Klar noch, bin drin. So, jetzt fahren wir... Also, ich hab dir das selber noch nicht. Also, das Auto, was ich dir heute schenke, hab ich selbst auch noch nicht. Es ist aber ein Secret. Also, da muss man so ganz geheime Sachen machen. Und dann kriegt man das umsonst. Aber ich schenk's dir. Ich schenk dir praktisch mein Wissen, mein Geheimes. Wow, wie cool. Ja, so bin ich zu dir. Ähm, jetzt ist die Frage. Äh, welches Haus? Toy Shop? Nein. Ah, doch hier. Hier vorne. Steig aus. Äh, ja. Und zwar, ich bringe mich heute ganz groß raus. Ich bringe mich ins Fernsehen, Maxi Fall. Ja. So, komm mit. Hallo. Oh mein Gott, werden das meine Eltern sehen? Nein. Also, ja, auf YouTube. Meine Oma auch? Ja, deine Oma auch. So, geh einmal rein. Ja. Trottel. Nein, warte, warte. So, ja, nee. Weil wir müssen auch, ich glaub, warte, müssen wir hier rein? Ja, ich glaub schon. Genau, drück einmal rauf. Aha, fangen wir zu den, äh, ganz oben? Ähm, die... Oh, oh, Zaubershow. Ich weiß nicht, was ist das? Wonderful Wobbly Quiz. Guck mal, guck mal, stell dich da mal rein. Ja, ja, und jetzt, jetzt fährst du, ja genau, okay, in den Greenscreen. Und jetzt fährst du gleich Achterbahn. Okay. Oh, okay. Es sieht richtig blöd aus, wenn man jetzt diesen Greenscreen einfach nur... Oh, das Problem ist, dein Shirt ist ja grün. Dein Bauch ist bestimmt jetzt auch so weg. Geiler, mit dir kann man auch nix machen. Hier, warte, guck mal, hier, er ist auf dem Mond. Oha! Alter! Baluten, grüßt mich! Ja, Maxify! Was gibt's? Ich glaub, ich seh da hinten, GF, hey, siehst ihn, da wo ich hinze... Ja, der ist nicht gegrünet! Ja, warte, ich schlag ihm! Das! Das! Ja! Erfolgreich! So, komm mit! Ja! Oh, was ist das? Oh, oh, Mann! Ah! Alter, das kostet Geld! Nee, hab ich nicht! Alter, du bist reich! Danke, das machen wir jetzt! So, jetzt... Den siehst du nie wieder! So, jetzt müssen wir, glaub ich, hier... Nee! Ähm... Aber immer höher, oder? Nee, wir müssen... Ja, aber wir müssen glaub... Von da kommen wir! Ah, okay! Ja, du bist schlau! Du hast bestimmt studiert, ja? Okay! Nach oben, ne? Ja, immer nach oben! Wir müssen immer weiter nach oben, und dann ist da irgendwo... ein Geheimraum! Ja! Ich glaube, da, wo der Pfeil drauf zeigt, oder? Ah, hier! 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 Okay! Hier ist irgendwas... Irgendwo ein geheimer Knopf! Oh! Ich glaub, wahrscheinlich die Hinterpaluten hinter dem Bild! Ja! Drück ihn! Hast du gedrückt? Nee, ich... Okay, ich hab ihn gedrückt! Jetzt? Jetzt können wir... Nee! Wo muss ich hin? Hier! Ah, warte! Ja, warte! Hier ist ein bisschen chaotisch! Hier durch! Hier ist das Quiz! Das ist schrecklich! Das hab ich einmal gemacht! Und jetzt können wir weiter nach oben! Nach oben? Noch weiter! Ja, ja, ja! Vertrau mir! Vertrau mir! Ja! Ich vertrau dir! Ich bleib ganz ruhig! Ich bleib ganz ruhig! Ich bleib ganz ruhig! Ich bleib ganz ruhig! Das sieht aus, als würde ich dich würgen! Äh, mach ich natürlich nicht! Oh! Pinball? Hi! I'm so close of me too! Ja! Das ist es! Maxify? Ja? Berühr's! Das ist mein Geschenk für dich! Geschenk! Wow! Ich hab ne Limo! Und ich? Ja! Ich hab auch ne Limo! 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 Party machen! Party! Da laden wir ein paar smalle Mites an, die mit uns unterwegs fahren! Ja! Ja! Komm hin, Skier! FBI-Mann, komm hin! Ist es... Ich glaub, das ist doch keiner von... Ist es einer von... Oh! Man, da sieht's ja aus! Gibt's ja noch irgendwas anderes, was wir klauen können? Ähm... Warum müssen wir immer was klauen? Weil ist was umsonst... Au! Hast du mich grad... Ja, du kommst hier nicht rein! Ne! Mist! Au! Sorry! Du machst immer nur Quatsch! Entschuldigung! Ich glaub, wir müssen noch weiter runter! Nein! Ne, ne, wir müssen in den anderen! Der ist davon! Ja, wir müssen aber runter nochmal! Rückst du drauf? Ja, ja, mach ich! Au! Mach! So, nach unten! Sorry, 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 sorry! So, du bleibst jetzt... Du bleibst jetzt da! Du willst nur ohne mich fahren! Nein! Ja! Nein! Nein! Ja! Ja! Komm wieder hoch! Nein! Das war's! Ja! Nein! Ja! Okay! So, dann lass uns gucken, wo wir das... Können wir hier... Ja? Nee... Oh, ist auch schon dunkel! Äh... Schnell! Ja, warte, ich fahr dich... Ich fahr dich nach Hause! In einer... In einer Limo? Ja! So! Boah! Interakt! Da ist sie! Ja! Alter! Oh, oh Gott! Oh! Oh! Ich fahr vor! Ich fahr vor! Alles gut! Steig ein! Oh! Oh, wir sind hinten drin! Boah! Wie cool! So, wir fahren erstmal nach Hause, damit wir schlafen können! Da kommt ein Fernseher da drauf! Oh Mann! Ich will auch nach hinten! Da unten! Alter, es läuft ein Panuten-Video! Ah, nein! Wie cool! Ja, warte! 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 Sehe ich das da? Ich gucke auch gleich! wir müssen jetzt erst mal wieder schnell nach hause fahren und ich sehe gerade die live-folge mit der riven zeit er war ich du kannst umschalten es war ein unfall oder bisher hallo warte nach rechts da nach hause ja wenn ich ja kein führerschein gibt es eine ego perspektive nicht ein bisschen ranzoomen ja ich guck mal 24 stunden auf dem auf toilette das wäre meine idee 24 stunden auf toilette das würde ich mir direkt angucken ich schlafe ich bin im bettchen ist da noch platz ihr klar für dich ist immer platz ich hab's manchmal im schlaf schmeckt nach mittagessen kennst du das wenn du was ist dann rülpst und dann schmeckt es wie mittagessen was du da irgendwie rein wo ist ein schloss ist da ist laut hier drin das kenne ich nicht ich habe einen ball ich weiß auch nicht dass das gehört diesem jelly typ ich dachte das wäre der haus des haus der oma ich hole uns die limousine ich glaube das war auch eine der ersten secrets die es so im game gab ja ich habe auch noch viele andere tolle sachen aber ich habe eigentlich fast alle zumindest fast alle secret autos es gibt glaube ich noch 23 nichts passiert das meine limousine ja ja lass uns ein rennen fahren warte mit den limousine ja ok wer ist schneller limousine müssen so eine augustelle holen ja ja deshalb nein du bist ausgestiegen ja ich dachte ich soll meine limousine ach so ja kannst du ich dachte aber man kann ja auch woanders okay ja warte aber wusste ich nicht warte soll ich jetzt einsteigen oder soll ich meine limousine holen und das ist doch deine limousine oder nicht ja ja genau genau ok steige ein und komm mit zur startie hier ups au ich bin stark ok ja warte ich fahr dich frei ja oh oh komm schon auf mein reifen kommt nicht drauf oh ja 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 sehr gut so warte ich dreh so erster ne 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 es geht noch nicht los es geht noch nicht los wir brauchen wir müssen ja die rennstrecke festlegen oh guck mal hier hier ist perfekt ja stimmt ok hier warte rechts ist das ziel und der start ah ja ja ok 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 da fahren wir hin ok dann einfach hier hier starten wir eine runde sozusagen wir müssen aber hier auf der strecke bleiben keine spielchen so warte das sagst du du bist hier der ne ne ok ich bin kein schummler drei zwei go er versucht mich zu ragen es klappt auch ein bisschen ja ich hab die innenbar nein ok alles easy ich hab den schatten oh wie schnell du bist schnell nein das ist viel schneller ne ich fahr nicht mehr oh ja oh oh äh ich fahr hier einfach links oh pate dein reifen ist kaputt oder ich mach kurz ich bleib kurz stehen weil ich hab auch am anfang vielleicht bisschen falsch gezählt ok ok wir machen noch mal rennen start diesmal mache ich ziemlich fair ich stecke wieder fest oh man der junge mit dem kann man ah ja ich hab's ja ok stell dich hier neben mich ich stecke wieder fest warte kurz was ist denn mit dem los ich stecke wieder fest ah sag mal warte 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 ich hab's ja ah jetzt 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 ok 3 2 1 go let's go oh er versucht mich abzudecken sag mal jetzt ja solche spielchen macht er sehr gut danke perfekt komm schon an den gegenwengst ah 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 nein ich war rückwärts warum bist du rückwärts so zack alter ddddd bu und nochmal hier Ah wuhu zack drüber ich phare rückwärts die ganze Zeit oh jetzt oh kleiner unfall und im ziehhh ja sehrUP ja weißt du wie ich sowas nenne ja fair play du hast gut gewonnen Ja, danke. Leute, das war es mit einer kleinen Folge von Wobbly Live. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auf jeden Fall ein Like rein. Schaut unbedingt bei Maxify vorbei. Er ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.